Dann begrüße ich Sie alle ganz herzlich zu diesem Abend zum Thema Sprache, ein sehr zentrales Thema im Buddhismus, aber ich denke in unser aller Leben, denn ohne Sprache wären wir nicht, wer wir sind, oder? Gerne frage ich mal, wenn ich Meditation leite, hat schon mal jemand meditiert, aber ich kann ja nur nicht fragen, hat schon mal jemand gesprochen? Das ist sozusagen unsere menschliche Eigenschaft, ganz besonders, und insofern ist es auch egal, welches das Thema ist, Sprache ist immer Thema, weil wir sprechen über jedes Thema anhand von Sprache, aber es gibt verschiedene Arten Sprache zu hören, und wenn man sich mal so eingehend mit Sprache beschäftigt, entwickelt man vielleicht einen anderen Umgang mit Sprache, Auf jeden Fall habe ich mir das erhofft von meiner Abschlussarbeit in meinem Philosophiestudium an der Universität, wo es um Sprache geht, und zwar um die Sprache, so wie sie im Konzept von Nagarjuna, das ist der zweite Buddha, ein großer buddhistischer Philosoph, der Gründer wird manchmal gesagt, dieser Tradition des Dalai Lama, der Mahayana Tradition, die inzwischen auch in China und Japan in vielfältigen verschiedenen Richtungen sich ausgebreitet hat, auf den Tradition des mittleren Weges. Da werden wir ein bisschen was drüber hören, und natürlich musste ich auch einen Philosophen aus der westlichen Tradition nehmen, das ist Wittgenstein, von dem haben Sie sicherlich auch schon viel gehört und gelesen, der praktisch die ganze Philosophie auf den Kopf gestellt hat, mit seinem Konzept, was Sprache überhaupt ist, und damit viele Anknüpfungspunkte auch an das gefunden hat, was Nagarjuna ungefähr zur Zeitenwende im 2. und 3. Jahrhundert, 150 nach Christus, sagt man etwa, ist seine Geburt, aber man kann es nicht ganz genau, man kann es nicht ganz genau festlegen. Ja, zu diesem Abend lade ich Sie also dann herzlich ein, ich schlage vor, dass wir ein paar Dinge erklären, anhand der Schriften, anhand dessen, was ich studiert habe in der Zeit, ich habe mich entschlossen, ihm nicht meine Arbeit vorzulesen, sonst wollte ich mich hier, und ich muss auch sagen, ich bin noch nicht ganz fertig. Es war eigentlich geplant, das ist nach, nachdem ich meine Arbeit abgegeben habe, aber durch das Ableben meiner Mutter bin ich leider mit dem ganzen Projekt etwas weiter verspätet, so, dass ich noch mittendrin stecke. Insofern ist es vielleicht auch ganz hilfreich, dass Sie sich darauf einstellen, wenn Sie Fragen haben, das zu notieren, dann würde ich sagen, nicht zwischendurch, aber am Ende, dass wir dann eine halbe Stunde Zeit haben, über diese Punkte zu diskutieren. Das kann dann auch für mich eventuell noch sehr hilfreich sein, besser als wenn der Proff das nachher mit Rot anzeigt, dann können wir das mal machen. Ja, also vielleicht mal anfangen mit Sprache. In der Philosophie haben wir gelernt, dass man sich immer zunächst fragt, was ist das überhaupt, und wie wird das definiert. Und im Buddhismus lernt man so, wie man sich überlegt, was das ist, und genauer hinschaut, findet man keine Antwort. Das sind zwei völlig verschiedene Herangehensweisen. Die einen glauben daran, was sie dann finden, und wenn sie nichts finden, dann machen sie was. Also zum Beispiel, man untersucht einen Wagen, ob es jetzt ein Wagen ist oder nur ein zusammengesetztes Ding aus Rädern und Motor und Fahrer und so weiter. Und wenn man dann den Wagen als solches nirgends findet, dann sagt man, okay, dann gibt es eine Essenz vom Wagen, sozusagen die Natur oder das Wesen des Wagens. Und das wird dann in eine eigene Welt projiziert, zum Beispiel die Welt der Ideen bei Plato oder bei Kant, die Welt an sich, wo die Dinge so sind, unabhängig davon, wie wir oder wie jeder sie betrachtet. Und der Buddha und Nagarjuna haben gesagt, nee, wenn ich da nichts finde, dann ist da auch nichts. Aber dann ist ja überhaupt kein Auto da. Das ist ja auch nicht richtig. Also muss es irgendwo einen Weg dazwischen geben. Das ist der mittlere Weg. Zwischensein und Nichtsein. Aber der frühe Buddhismus, als Nagarjuna geboren wurde, gab es ja den Buddhismus schon etwa vier bis fünfhundert Jahre. Der hatte den mittleren Weg so verstanden, dass das ein mittlerer Weg ist, auf dem Weg zum Erwachen zwischen Askese und Schwelgen. Aber man kann das auch auf die Sprache beziehen, zwischen überhaupt nichts sagen und nur schweigen und schwelgen in Worten. Da gibt es auch einen mittleren Weg. Sonst würden wir heute diese Veranstaltung nicht geplant haben. Dann würden wir einfach eine stille Veranstaltung und dann würden wir alles in Schweigen machen. Denn diese Ebene, die wird sowohl von westlichen als auch von buddhistischen Philosophen immer wieder betont, dass es eine Ebene gibt, in der man keine Worte mehr findet, um sie auszudrücken, die Wirklichkeit, die man da findet. Und dann könnte man sich natürlich fragen, warum redet man dann überhaupt? Und das ist eben das Besondere, dass wenn man die Sprache benutzt, um darauf zu zeigen und die Fallstricke der Sprache überwindet oder erkennt, durchschaut und nicht darauf reinfällt, dass es dann das Beste ist, was wir haben. Sprache ist ein Segen und Sprache ist ein Fluch. Es kommt darauf an, was wir daraus machen. Also der Mensch ist ja nun etwas ganz Besonderes, denn er hat diese Fähigkeit, auf seine Art zu sprechen. Sicherlich kommunizieren auch Tiere. Meistens sagt man, dass das eher reaktiv, instinktmäßig ist. Also wenn ein Feind da ist, müssen sie so reden oder müssen sie ihre Laute von sich gehen. Sind also nicht so frei, das zu tun oder nicht. Aber auch da gibt es natürlich bei Menschen so einige Gesichtspunkte in der Gehirnwissenschaft, in der Gehirnforschung, die sagen, naja, wir sind gar nicht so frei, aber das soll nicht das Thema sein. Gehen wir mal davon aus, dass wir frei sind zu sprechen oder nicht zu sprechen. Aber wenn wir sprechen, und da kommen wir schon dem näher, was die Sprache ist, dann implizieren wir immer etwas, was gerade die Sprache ausmacht. Nämlich, dass die Dinge so sind, wie wir sie mit der Sprache ausdrücken können. Wenn wir zum lauten Einzelfälle hätten, laute einzelne Blätter, laute einzelne Atome, laute einzelne Momente, laute einzelne Atemzüge, laute einzelne Dinge, dann gäbe es keine Sprache. Die Sprache ist, selbst wenn wir von konkreten Dingen sprechen, immer eine Abstraktion. Wenn wir von dem Stuhl sprechen, ist dahinter eine abstrakte Kategorie Stuhl. Nicken Sie mit dem Kopf oder schütteln Sie den Kopf? Das war so. Das war so. Okay, gut, dann müssen wir das ein bisschen erklären. Dann müssen wir das ein bisschen erklären. Also es soll ja verständlich sein. Die Sprache, die Tatsache, dass wir ein Wort benutzen, gibt eine Sache Dauer. Und Sprache während dieser Dauer verändert sich nicht. Also das Konzept, die Kategorie von Fenster, die ist jetzt noch die gleiche, wie wenn ich hier rübergehe und immer noch Fenster sage, hat sie sich nicht verändert. Sie ist sozusagen dauerhaft. Okay? Und Fenster impliziert auch immer etwas, was es abgrenzt von der Wand, von den Stühlen, was es anders ist. Und es erscheint uns so, als wäre es von seiner Seite aus Fenster. Wir können es gar nicht mehr anders wahrnehmen. Tatsächlich hat sich das Fenster verändert. Und wahrscheinlich gibt es Fenster, wo man nicht genau weiß, sind die nun so schmutzig, dass das schon als Wand gilt? Oder sind die durchsichtig oder sind die aus Plastik? Und wenn das nicht Glas ist, ist das überall auf Fenster. Und wenn so viel Wind durchkommt, ist das dann überall auf Fenster. Das heißt, es gibt bei jedem Begriff solche Randbereiche, wo man nicht genau weiß, gehört das nun noch zu dieser Kategorie oder nicht. Und da muss ich sagen, war Wittgenstein sehr, sehr hilfreich. Er hat die Kategorie der Familienähnlichkeit entwickelt. Haben Sie davon schon mal was gehört? Also, um diesem entgegenzukommen, den Gefahren, die lauern in der Sprache, nicht unter dem Gesichtspunkt, dass wir miteinander kommunizieren können. Dafür ist die Sprache wunderbar geeignet. Auch zum Singen und bei den alten Veden. Bis zur Gezeitenwende war Sprache etwas Magisches bei Urvölkern. Durch die Sprache können wir etwas schaffen. Die Rituale waren dafür da, die Götter zu besänftigen. Und ich möchte nachher auch auf diesen Aspekt eingehen, der bei Nagarjuna auch sehr richtig ist, dass Sprache auch eine Magie hat, etwas ins Leben zu rufen. Aber erstmal wollen wir verstehen, warum die Sprache, so wie wir sie allgemein verstehen, nämlich deutsche, englische, französische Sprache, wie viele Sprachen gibt es wohl auf der Welt? Ohne die Dialekte, nur Sprachen. 6.900 Sprachen etwa. Und ungefähr 3.000 davon sind vom Aussterben bedroht. Das ist natürlich sehr schade. Bald wird es dann eine so universelle Sprache geben, die ist wahrscheinlich Englisch. Also die Sprache hat diese Eigenschaft, dass sie die Dinge in Kategorien trennt und damit die Tendenz unterstützt, alles als isolierte Gegenstände wahrzunehmen und als eigene Kategorien. Und zwar in dem gerade, dass es unser Denken prägt. Diese Fähigkeit des Menschen, Dinge zu benennen und in Kategorien zu teilen und dann die begreifbar zu machen und wissenschaftlich erforschbar und so weiter, unterscheidet den Mensch großem Modus vom Tier. Und darin liegt auch die große Gefahr, weil die Wirklichkeit ja deswegen nicht mit mal anders geworden ist, bloß weil in den letzten, weiß ich nicht, 1, 2 Millionen Jahren oder so wo die Menschen dahergekommen sind und den Dingen Namen gegeben haben. Und schon die alten Griechen wussten, dass die Namen nicht aus den Dingen kommen. Die wussten, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, die Dinge zu bezeichnen und alles, was sie nicht verstanden haben, das waren dann die Barbaren. Die haben irgendwas gesagt, was keinen Sinn macht. Nur das Griechische, das Logos, das hat Sinn. Und tatsächlich ist so eine gewisse Tendenz immer die eigene Sprache als die richtige zu betrachten, bis heute so weit verbreitet in der Welt. Wir haben eine ganz besondere Assoziation zur Muttersprache und sehen die Welt so, wie wir sie eigentlich im Mutterbauch schon kennengelernt haben und gehört haben. Das ist durch viele Forschungen nachgewiesen, dass die Sprache nicht nur jede einzelne eigene Frequenz hat, eigene Muster haben, die Tomatis identifizieren konnte. Es gibt Schwerhörige, die nur für eine bestimmte Sprache schwerhörig sind. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ein ganz bestimmtes Spektrum, was nicht funktioniert. Sondern jede Sprache zeigt uns auch die Welt auf eine bestimmte Art und Weise. Jede Sprache hat verschiedene Schwerpunkte. Mehr Melodie, weniger Melodie oder hat. In bestimmten Bereichen, zum Beispiel, wenn man irgendwo auf Polynesien soll es 200 Worte für Blau geben und 200 Worte für Schnee bei den Eskimos und bei den Brasilianern 100 verschiedene Worte für Flirten und das haben mir meine Töchter verraten. Und bei den Tibeter 10 verschiedene Worte für Geist und die Engländer mit ihrer Kategorie Mind teilen die Welt ganz anders ein als wir mit Geist und Denken und so weiter. So ist es auch mit Sprache. Also wir haben eine bestimmte Beziehung zu unserer Muttersprache und es ist sehr schade, wenn die Hälfte aller Sprachen ausstirbt. Aber das ist nicht das Thema von heute. Sondern der Aspekt dessen ist, dass es zwei Sachen mit sich bringt. Eine bestimmte Art, die Welt zu sehen, sie zu benennen, sich darin zu verhalten, sich selbst zu verstehen, sich selbst zu identifizieren mit etwas. Und das ist sehr stark mit der Kultur verbunden und der Sprache, in der wir sprechen. Und das sind eben auch emotionale Aspekte damit verbunden. Und die Sprache hat immer diesen Aspekt von Schwingung, Atmosphäre, Sprache, die wir benutzen. Und nun gibt es natürlich große Stühle, kleine Stühle, mittlere und welche, wo man nicht genau weiß, gehört das noch dazu oder nicht. So breit, dass das schon fast ein Sessel ist und so weiter. Und wenn man das nicht mehr dazu passt und es auch kein Sofest ist, dann schafft man halt eine neue Kategorie. So ist das immer. Man schaut, was das ist und stellt fest, das passt nicht, also schafft man eine neue Kategorie. Zum Beispiel die Kategorie Religion und Philosophie. Haben Sie schon mal von der Diskussion gehört, ob Buddhismus eine Religion oder eine Philosophie ist? Ich habe darüber mal hier einen Vortrag gehalten. Und es ist natürlich beides und keins von einem, also schafft man eine neue Kategorie. Also Buddhismus ist eine eigene Kategorie, weder Philosophie noch Religion noch beides, sondern halt Dharma. Und dann übernimmt man glücklicherweise dieses Wort und nennt es Dharma. Aber Gnoseologische, weil es gibt noch einen Philosophen, der eine eigene Kategorie für Buddhismus entwickelt hat. Gnoseologie. 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 Von Gnoseologie, ja. Okay. So entsteht das und so entwickelt dann aus ganz paar ursprünglichen Worten wie Mama, Papa, entwickelt sich dann so ein Baum und der kriegt ganz viele Früchte und ganz viele Blätter und der Geist hört nie auf und diese Entwicklung, die nennt man Prapapanka. Immer mehr entfaltet sich das. Das geht immer weiter. Es wächst immer weiter. Egal wie tief Sie irgendeinen Begriff untersuchen, Sie werden Unterschiede feststellen und nachher werden Sie wieder zwei Kategorien oder drei daraus machen. Und einmeldig kommt der Geist überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Wenn man das mit der funktionellen Gehirntumografie untersucht, ist es unglaublich, was da los ist. Wir werden nachher ein paar Bilder davon sehen. Und das bringt natürlich Leiden mit sich, weil man nicht mehr ganz bei sich ist. Und die Philosophie von Nagarjuna ist ganz deutlich, wenn wir unsere Konzepte wieder zur Ruhe bringen, dann hört das Leiden auf. Wenn wir diesen Prozess sozusagen rückgängig machen. Und das können wir nicht, indem wir einfach sagen, halt Stopp, hör auf mit Denken und mit Sprache, sondern wir benutzen die Sprache, um in diese Richtung zu zeigen. Und dafür hat er sogar ein eigenes Wort entwickelt. Und das ist interessant, weil dieses Zeigen durch die Sprache auf wieder das, was eigentlich ganz natürlich das Leben und die Welt ist, nämlich lauter gegenwärtige Momente, einmalige Gelegenheiten. Die ist immer gleichzeitig mit dem Schleier, den wir über die Dinge schieben, das ist der sprachliche Schleier. Und es ist nicht mal die Sprache insgesamt, die das Problem ist, sondern das Problem ist nur, dass mit der Sprache immer gleichzeitig suggeriert wird, die Dinge seien Kategorien, die Dinge seien getrennt, die Dinge seien von sich aus existent. Das ist das sogenannte Suavava, das Eigenwesen. Die Dinge erscheinen durch die Sprache mit Eigenwesen. Und nur diesen Aspekt gilt es aufzulösen und zu zeigen, dass das Leben oder die Wirklichkeit, die Wahrheit nicht so ist. Wir müssten also, wie so meine Fantasie, eine Sprache entwickeln, in der wir auch sprechen können und immer sagen, ja, Stuhl, aber ich meine jetzt nicht so die Kategorie Stuhl, sondern einfach nur diesen Stuhl, so wie mit einer Geste auf jeden Fall etwas zeigt. Aber die Sprache ist eben so, dass sie immer diese Kategorien hat. Und das sind nicht nur in endogermanischen Sprachen, die in Subjekt, Objekt und Verb unterteilen, sondern das gilt selbst für bildhafte Sprachen wie Chinesisch und Japanisch. In einigen Details gibt es da allerdings Unterschiede. Zum Beispiel das Ich, was ja auch so eine isolierte Kategorie von dem Rest der Welt ist, wie Sie wissen, oder ist jemand anderer Meinung. Okay, also bei den Japanern, in der japanischen Sprache ist es so, dass das Ich immer ein Wir ist. Jedes Ich kann man in der Sprache nur ausdrücken als aus einer Beziehung. Ich-Beziehung würde man vielleicht sagen können. Jedes Ich ist nicht so, dass das erste Ich ist, was in Beziehung mit dem anderen Ich ist, sondern aus der Beziehung entstehen diese beiden Ichs. Das ist fast schon in der Sprache angewendetes Abhängiges Entstehen. Und dieses Abhängige Entstehen ist auch die Kernphilosophie des mittleren Weges. Wenn man immer danach sucht, was ist etwas, wird man nichts finden, es sei denn, man benutzt Sprache. Also hängen die Dinge auch von unserer Sprache ab. Und unser Gehirn, unsere Art zu denken, hängt von unserer Sprache ab. Also man spricht von Sprachdenken. Haben Sie das Wort Sprachdenken schon gehört? Manchmal haben wir ja so den Eindruck, da sind meine Gedanken und dann kann ich darüber reden. Und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. So, wie als hätte das, was ich ausatme, nichts damit zu tun, was Sie einatmen. Das ist natürlich Unsinn. Die beiden sind eng miteinander verbunden, aber sprachlich schaffen wir da wieder zwei Kategorien. Beim alten Platon war das noch eine Kategorie. Bei Aristoteles waren es schon zwei. Und so ging es weiter. Seit zweieinhalbtausend Jahren. Immer werden die Dinge weiter unterschieden, obwohl sie erstmal vielleicht gar nicht verschieden sind. Okay? Das ist das Problem und die Chance der Sprache. Wir haben aber noch eine andere Möglichkeit, die Sprache einzugrenzen oder die Sprache zu verstehen. Und zwar das ist, sicherlich kennen Sie kombinierte Begriffe wie Körpersprache, Sprachdenken habe ich eben erwähnt, Symbolsprache oder auch die Sprache der Kunst. Kann die Kunst was mitteilen? Was ist Ihre Meinung? Und eventuell nicht sprachlich? Also manchmal ist es dann schwer, das in Worte zu fassen oder so etwas. Und doch sagen wir, die Sprache der Kunst, ich meine nicht Kunstsprachen, ich meine nicht Computersprachen, die gibt es natürlich auch. Aber die funktionieren ganz anders im Gehirn. Die Sprache funktioniert im Gehirn sehr stark auf der linken Gehirnhälfte, was das analytische, das syntaktische, semantische angeht. Sie ist direkt am Boden des motorischen Zentrums. Also das bedeutet, wir werden nachher Bilder sehen, dass Sprache natürlich erst mal das Verbalisieren ist, aber immer ursprünglich mit Gesten verbunden. Also Wittgenstein nennt das Sprachspiele. Das bedeutet, wo will man eigentlich genau die Grenze zwischen dem verbalen und dem gestischen Ausdruck stellen? Und wo will man die Grenze zwischen den Worten und der Situation herstellen? Diese Grenze, die sind sehr, sehr vage oder sie sind sehr künstlich. Sie machen einfach einen Strich. Wissen Sie, in Südamerika gibt es Länder, dass irgendwie 2000 Kilometer ein gerader Strich über die Landkarte, egal ob da Berge, Hügel, Flüsse oder so etwas sind. So ist das mit der Sprache auch manchmal. Wir machen einfach einen Strich und sagen per Definition, das gehört zur Sprache und das gehört zur Situation oder so etwas. Oder das ist die Sprache und das gehört zum Denken. Und im Leben, wo man diese Kategorien wieder auflösen möchte, um sie zu beruhigen, da verlaufen die Grenzen ganz anders. Das heißt, wir können auf der einen Seite in die Tiefe gehen, um die Sprache zu erforschen und zu verstehen, die wir ständig benutzen, oder in die Weite gehen, in die Weite und alles andere mit einbeziehen, was das Leben angeht und dann ist die Sprache ein Teil davon. Oder in die Tiefe gehen und dann feststellen, dass die Sprache ihre Chancen, also ihre Qualitäten hat, aber eben auch die Gefahren sich birgt, dass wir glauben, die Welt sei so, wie wir sie sprechen können, wie unsere Sprache sie uns nachliegt. Und das ist wirklich meiner Ansicht nach in diesem angehenden Kommunikationszeitalter extrem wichtig. Erstmal, wenn man mit jemandem spricht, spricht man ganz anders als wenn man seine E-Mails liest, was dann noch völlig losgelöst von Gestik ist, obwohl manchmal auch man da zwischen den Zeilen was lesen kann oder glaubt zu lesen, aber man weiß nie genau, ist das meine Projektion oder hat er oder sie das wirklich so geschrieben, aber das ist sicherlich etwas, was wir lernen müssen und uns auf das zu beziehen, was das Informationsfeld ist, zu dem wir später auch noch kommen werden. In der Quantenphysik wird sehr stark über die Information des Fails gesprochen und die kohärentesten Interpretationen von der sehr paradoxen Kopenhagener Interpretation der Quantenphysik abgesehen, sagt, dass die kleinste Einheit der Wirklichkeit nicht etwas Materielles ist, über das man Informationen haben kann, wie Geschwindigkeit Ort, sondern dass die kleinste Einheit Information ist, die kleinste Information, die sich in zwei Aspekten manifestieren kann, nämlich sie kann sich materialisieren oder sie kann als bloße Information, als geistige Information zum Beispiel übertragen werden. Dann sind jedenfalls alle bisherigen Ergebnisse wie Quantenteleportation und die ganzen merkwürdigen Erscheinungen für unsere mechanistische Welt sehr viel besser einzusortieren. In unserer Welt sind wir also erstmal auf dem Sprung dabei, ein ganz anderes Weltbild zu entwickeln als unsere Sprache. Unsere Sprache ist das, was den Menschen, ihren großen Vorteil gegenüber anderen Affen gegeben hat. Sie lachen gar nicht, aber wir konnten ein bisschen schneller irgendwelche Bananen vom Baum kriegen, die noch weiter oben sind, weil wir irgendwie Instrumente entwickeln konnten und anders denken und sprechen konnten als andere Wesen. Unsere Sprache ist darauf ausgerichtet alles zu reifizieren, das bedeutet alles zu Dingen zu machen, zu einzelnen Objekten, die wir erobern können, um sie zu essen. Das ist der Sinn der Sprache. Unser Gehirn ist nicht so angelegt, die letztendliche Wirklichkeit, das Mysterium des Lebens zu erforschen. Also das Gehirn vielleicht, aber nicht die Sprache. Das ist ja auch nur ein ganz kleiner Teil vom Gehirn. Das Gehirn ist sehr, sehr viel weiter. Die ganzen Assoziationen, die Klängen, die Intuition und so weiter, die sind ständig mit dabei, aber unsere Gesellschaft glaubt und deswegen ist es wichtig, dass wir daran nicht glauben, dass die Worte einen semantischen Gehalt, also eine Bedeutung haben und dass wir uns gegenseitig belügen können und uns irgendwas vormachen können. Und so werden wir vom fünften Lebensjahr an erzogen und in den Kurven, in der Gehirnforschung geht vom fünften bis zum etwa fünfundzwanzigsten Lebensjahr die Verbindung von dem ganzheitlichen rechten Gehirnhelf, die Frauen übrigens 28% mehr entwickelt damals als Männer beim Sprechen, geht kontinuierlich ab. Wir kommen also in die Schule und sofort wird uns eingekrichtert, das ist dies, das ist jenes, das ist richtig, das ist falsch, du musst so funktionieren, diese logischen Schlüssel ziehen und mit 25% ist es so gering, liegt nur noch bei 2-3%, dass außer durch Eigeninitiative diese Verbindung ins Ganzheitliche nicht wieder hergestellt wird. Meistens erst durch ein Trauma, durch einen Schock oder so etwas. Und das wird natürlich auch, muss ich jetzt mal sagen, ganz schön ausgenutzt. Wir werden, wenn wir selber daran glauben, dass die Dinge, die wir sagen, so absolut und so in Stein gemeißelt sind und fest, egal ob das was Mystisches ist oder was Materielles, das gilt genauso. Also ich meine damit jetzt nicht nur materielle Dinge, wenn wir glauben, dass, was weiß ich, 25% zurückbezahlen werden müssen, das ist Gottes Gerechtigkeit, es sind ja nur ein paar hundert Milliarden oder sowas, dann wenn wir das glauben, dann sind wir davon fest überzeugt und würden Kreuzzug dafür machen. Und zwar der einfache Mann auf der Straße, ich habe mit ein paar gesprochen. Das ist so eine Überzeugung, die uns eingetrichtert wird, an die wir glauben, weil wir überhaupt an Sprache glauben. Wir glauben, dass die Wirklichkeit so ist wie die Sprache und das ist die Verführung durch die Schlange. Nicht zu sprechen, sondern zu glauben, zu wissen, dass die Dinge so sind und nicht anders. Das ist also in vielen Kulturen angelegt und wird natürlich von großen Ministerien, Geheimdiensten und was weiß ich richtig auch ausgenutzt. Also heutzutage ist es, ich habe so ein interessantes Public Opinion Buch vom Littmann gelesen, 1921 geschrieben, da hat er geschrieben, wie manipuliert man die öffentliche Meinung am besten. Das ist der Knüller. Ich habe mir das in der Uni geliehen und das war überall angestrichen. Mit Bleistift, mit Kugelschreiber. Ich weiß nicht, wie viele Leute das geleben haben, aber eine ganze Menge. Also jedenfalls öfter als die Bücher von Nagarjuna, die sind völlig unversehrt. Das scheint die Leute sehr zu interessieren und es gibt tatsächlich in den USA und Moskau ist es bekannt, ich habe jetzt den Namen irgendwo hier stehen, Ministerien, die gegründet sind dafür, dass die Public Opinion in eine bestimmte Richtung gelenkt wird. Und das müssen wir uns mal richtig auf der Zunge zergehen lassen, solange wir an Sprache glauben unter diesem verführerischen Aspekt, dass die Wirklichkeit so ist, wie uns das nahegelegt wird, werden wir immer drauf reinfallen. Wir stellen unseren Schalter in die Richtung und dann sind wir anfällig. Das Einzige ist, wenn wir bei uns anfangen, das zu durchschauen und was zu verändern, wenn wir versuchen, anders zu sprechen, in den Worten nicht zu sagen, das ist aber so. Irgendwo schleicht sich das bei jedem rein. Ich würde jetzt am liebsten auch so darüber sprechen können, dass sie denken, ja, das ist halt entstanden, historisch und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich nicht auf ewig und auf Dauer so. Das merken wir meistens nicht, weil wir leben ja nur in begrenzter Zeit. Okay, also dieser Aspekt würde ich sagen, ist tatsächlich ein Appell für uns, uns mit der Sprache zu beschäftigen und immer mal wieder Pause zu machen, Computerretreat oder E-Mail, Handyretreat oder einfach mal in Dharamsala war, wir hatten Retreat, kein Radio, kein Fernsehen, mussten wir alles ausmachen und dann Retreat machen. Das ist so ein Segen, weil eigentlich kommuniziert die Natur ständig mit uns. Wir sind mitten im Leben und die Natur ist der beste Lehrmeister, den man sich vorstellen kann. So, das war jetzt die Einleitung. Ich wollte einfach mal sagen, worum es geht heute bei uns. Es gehen soll bei diesem Vortrag. Also jetzt fange ich mal an. Also wer war dieser Naga Arjuna? Nagas sind die Schlangen oder Schlangengötter und Arjuna ist eine mystische Gestalt, die sie aus der Bhagavad Gita kennen, aus der Mahabharata, kennt jemand Arjuna nicht, den Schützen, der von Vishnu unterrichtet worden ist, ihm wurde gesagt, wenn deine Aufgabe ist, Krieger zu sein, dann musst du in den Krieg ziehen. Wenn deine Aufgabe ist, Brahmane zu sein, dann musst du Brahmane sein und so weiter und so fort. Und er hat wirklich Schwierigkeiten, weil er nicht Krieger sein will, aber es ist sein Karma und deswegen sagt man, auch dann ist es göttlich. Also wir müssen uns nicht immer alles, würde ich daraus schließen, konzeptuell zurechtlegen. Es ist gut, wenn wir Werte und so weiter haben, aber die sollen nicht zu Dogmen werden, womit wir nachher vielleicht gegen uns selber handeln. das tun, was von uns erwartet wird und dann sagen, wir sind doch gute moralische Menschen. Also da gibt es ein sehr interessantes Phänomen. Ich komme leicht ab, ich muss versuchen, da der Stange zu bleiben. Wissen Sie den Unterschied zwischen Moral und Ethik? Wie würden Sie den Unterschied machen? Ich würde sagen, die Ethik beschäftigt sich mit dem Thema, wie wir was gutes handeln ist oder was sinnvolles heilsames handeln ist und moral ist die Art, wie sozusagen sich innerhalb der Kulturen dann diese bestimmte Ethik in praktischen Handel zu tragen kommt oder bestimmten Grundsätzen, kulturellen, gesellschaftlichen Gewohnheiten und Denkweisen also so ungefähr. Das hat der Brückhaus auch nicht besser gesagt. Das ist sozusagen die offizielle Version. Beides kommt von derselben Quelle Sittlichkeit, das eine kommt aus dem Latein, Moral kommt aus dem Latein Mors und das andere Ethik kommt aus dem Griechischen. Also beides bedeutet Sitte, Gepflogenheit in einer bestimmten Gesellschaft. Nur waren die griechische Gesellschaft völlig anders als die römische Gesellschaft. Wenn Sie die Griechen kennen, das waren lauter freie Kleinstaaten und die wollten vor allen Dingen frei sein, Philosophen sein, während Rom alle Wege führten nach Rom, da war eine große Autorität, Expansionsstreben, die wollten die ganze Welt unterwerfen und alle hatten sich nach bestimmten Normen zu richten. Das heißt, beides deutet auf Sitte und man sagt, beide sind synonym, bedeuten das Gleiche, aber da sie einen völlig anderen Ursprung haben, wurde dann gesagt, okay, das Ethische ist mehr das Reflektieren über die Moral und Moral ist, wie man dann handelt. Und den Leuten wie den Philosophen, die darüber reflektieren, passt das ganz gut, weil Ethik hat so was Edles und Moral-Apostel sind so ein bisschen unterdurch. Früher im Mittelalter war das ganz anders, aber jemand, der moralisch handelt, ist so einer, der sich irgendwie nach den Zehn Geboten richtet und so weiter, obwohl er auf was ganz anderes Lust hat. Ethisch hingegen ist jemand, der sich selber fragt, wie er ist und aus seinem tiefsten Wesen heraus sozusagen authentisch und weise und in Umsicht auf alles handelt. Und tatsächlich habe ich in den Internetforen mal untersucht, wie so, was meint Wittgenstein mit Gebrauch, wie wird es halt Gebrauch in den Foren? Und da wird es ganz anders gebraucht, als was im Brockhaus steht. Wonach sollen wir uns also richten? Wenn man unterscheiden will zwischen Moral und Ethik, dann werden die Menschen, die sagen, es ist ethisch, wenn ich homosexuell bin, dass ich mich auch so verhalte, selbst wenn es unmoralisch ist. Und die Ethik, die sagt, nein, es geht darum, darüber nachzudenken, wir sind die Professoren und die Ethikkommission und wir wissen, wie ihr euch moralisch zu verhalten habt. Und wie ihr euch dann verhält, ist moralisch und wir sind die Ethikkommission. Ist das nicht interessant, dass die Worte, wie sie verstanden haben, immer mit Interessen verbunden sind, mit der eigenen Perspektive, das eigene ist immer besser und das andere ist immer ein bisschen schlecht. Und so können sie nehmen, was sie wollen. jedes Wort, was ich untersucht habe, egal ob das Buddhismus oder Ethik und Moral oder dich und du ist, alles ist diesem Schema unterworfen, dass wir nicht sagen können, ohne unbewusst unsere eigenen Interessen, unsere Ich-Perspektive damit reinzubringen. Und nur wenn wir das bei uns auflösen, ist meine Ansicht, können wir es verhindern, darauf reinzufallen, wenn andere das machen. Wenn wir die Projektion der Sprache durchschauen, das ist die Botschaft von Nagarjuna und von Wittgenstein, dann sind wir auch weniger anfällig, auch für Projektion, religiöser oder philosophischer oder machtmächtiger oder die Projektion, einfach der Umwelt darauf reinzufallen. Wir müssen deswegen nicht aufhören zu sprechen, aber wir müssen mit einem anderen Bewusstsein sprechen, um darauf reinzufallen. Können Sie dem folgen? Was hat das mit den Nagas zu tun? Warum war das was Besonderes des Nagarjuna? Es war in der Zeit zur Zeitenwende entstand eine neue soziale Gegebenheit, ein neuer Geist überall, im Westen wie im Osten, in der Philosophie, aber auch in Indien, der später zum Mariana geführt hat und man fragte sich, muss Sprache wirklich immer so auf etwas zeigen? Also die Argumentation war so bis dahin in Indien, wenn es ein Wort gibt, gibt es auch was? Das Bezeichnete. Da gibt es das Bezeichnete. Genau, so ähnlich wie wenn es ein Wort gibt, gab es mal so einen großen Gottesbeweis, ich glaube von Augustinus, aber ich bin nicht mehr ganz sicher, wenn ich das Wort, oder hat es die Karte? Ich muss nochmal schulband drücken, aber jedenfalls ungefähr ging es so, wenn ich das Gott denken kann, muss es Gott geben und dann kann man auf dieses Wort Gott natürlich alles projizieren. Kein Problem, dass es Gott gibt, aber ist die Tatsache, dass ich es denken kann oder ein Wort habe, ausreichend als Begründung. Diese Fragen stellten sie sich zur Zeitenwende, wie man das nennt, in Indien, genauso wie hier im Osten. In der Zeit entstand die Prajnaparamita, die zum ersten, die Vollkommenheit der Weisheit im ersten Jahrhundert nach Christus sind die ältesten Schriften, in der es heißt, nein, so ist das nicht, bloß weil es ein Wort gibt, muss es nicht etwas anderes geben, die Dinge sind leer davon, dass es irgendetwas Wesenhaftes gibt, unabhängig vom Wort und diese Leerheit, die die Buddhisten gut kennen, bedeuten immer leer davon, ein Eigenwesen so wie es die Sprache naheliegt zu haben. Das war gerade diese Gezeitenwende und Nagarjuna hat das dann ganz wunderbar begründet und hat dazu nach den Legenden die Nagarkönige befragt und sie gelehrt und von ihnen Auskünfte über die langen verheimlichten mystischen Schriften des Buddhas bekommen. Weil niemand würde sagen, das ist eine neue Richtung, die sich entwickelt. Heute ist das schick und wow, ich habe ein neues Copyright, ich habe eine tolle neue Idee, früher war das immer so, dass man wirklich was gut vertreten konnte, nur wenn man das auf zum Beispiel den Buddha oder sowas zurückführen konnte. Und so hat er dann auch das auf die Lehre zurückgeführt, aber einen völlig neuen Geist entwickelt. Und diese Aspekte Nagas, den finde ich deswegen ganz interessant, weil Nagas, die Schlangen, eigentlich weltweit eine Bedeutung haben, die in Beziehung zu unserer Kundalini steht. zu unserer Energie steht. Sie wissen, Kundalini sicherlich bedeutet umwunden, eingerollt. Und die soll sich natürlich erheben, aufsteigen. In indischen Traditionen sind das die verschiedenen Chakren, Energiezentren. und die Sprache ist das, was mit der Schlange verbunden ist. Das heißt, die Bedeutung der Sprache in Verbindung zu bringen mit der Energie, das ist das, was der Nagarjuna als nicht nur Philosoph, sondern als großer Magier vollbracht hat. Ich werde nachher ein paar Bilder von ihm zeigen, aber diesen Aspekt kennen glaube ich viele von uns, dass wenn wir, also ich vermute, dass Frauen das noch viel besser können als wir, als wir Männer es gelernt haben oder Musiker oder Menschen, die sich dem öffnen, dass in der Sprache immer etwas anderes mittransportiert wird, was mit der Stimme, Stimmung, Atmosphäre, Energie, etwas, was sich sozusagen dem konkreten Zugriff entzieht und was bisher auch nur ansatzweise wissenschaftlich sozusagen nachgewiesen ist. Natürlich gibt es Frequenzen und solche Messungen und wo man aber richtig was Aura und so weiter bedeutet, wird in vielen Fällen angezweifelt. Und das ist dabei ist es sehr wichtig, Aura bedeutet nämlich bei den Griechen Windhauch. Und wissen Sie, was Nirvana bedeutet? Das Ziel dieses Weges, dass man die Sprache sozusagen sich von der Sprache befreit und sie in ihrem natürlichen Zustand ruhen lässt. Manchmal wird ja gesagt, das Zu-Ende-Kommen bedeutet Nirvana. Aber wenn man sich die Worte anschaut, näher heißt es Zu-Ende-Kommen und Vana ist auch der Atem. Also das zum Ende kommt das Aushauchen. Das Aushauchen, so steht es in Wikipedia. Nirvana, das Aushauchen. Von was? Von nicht unserem Leben, wo wir sicherlich da auch zurückkommen, aber von unserem immer mehr Konzepte entwickeln, immer mehr Gedanken entwickeln. Und das können wir in jeder einzelnen Meditationssitzung erreichen. Das ist praktisch, so wird es von Stephen Batchelor, Buddhismus für Ungläuche, wird deutlich beschrieben, hat er neulich in seinem Seminar fünf Tage mit uns trainiert. Nirvana ist jeder Moment, in dem ein Konzept zur Ruhe kommt. Nirvana ist jeder Moment, jede Erfahrung. Im Sokchen heißt es A Glimpse auf Rigpa. Ein Einblick, wie ein Blitz, ein kurzes Aufleuchten dessen, was Nirvana ist. Sozusagen Nirvana nicht erst als das große Endziel und bis kurz vor die Mauer ist man blind, sondern als ein langsamer Entwicklungsprozess, den wir ständig jetzt schon schmecken können. Von einem Geschmack. Das ist dann schließlich nur so wie ein Kind, was in den Schoß, in die Arme der Mutter läuft und sich die Mutter wieder erkennt und sich wieder erkannt fühlt. Nicht was völlig Fremdes, nicht was völlig Neues. Deswegen Nagas, deswegen der König, der Ayuna, der Krieger, dieser Kundalini-Energie. Nur wenn wir wirklich unsere ganze Körperlichkeit und Tierhaftigkeit, die ganzen Kraft, Vitalkräfte, die in uns mit zum Leben einbeziehen, mit in Kommunikation, mit in Sprache einbeziehen, kann sich das dritte Auge öffnen. Können wir Einsicht in die Dinge erlangen. Wissen Sie ein bisschen, ist das für jemanden völlig fremd, wenn ich von Chakren spreche? Na okay. Dann wissen Sie vielleicht, dass man so verschiedene Frequenzen, die man auch in Farben ausdrücken kann, in Beziehung dazu setzen diese Tumor Praxis, das innere Feuer bei den Tibetern und dass es hier oben blau ist und das dritte Auge, was mit Einsicht zu tun hat, lila. Nun, aus was setzt sich denn lila zusammen? Aus welchen Zweigrundfarben? Rot und blau. Okay. Rot ist welche Energie? Die Vitalkraft, die in uns hochsteigt. Sexualkraft, Kunalini-Kraft. Und blau ist was? Hier ist die Decke blau. Nivea blau ist sie nicht. Der weite Himmel. Was ist der Himmel? Himmel und Erde zusammen. Die treffen sich hier. Und dann erkennen wir die Dinge. Das ist Nagarjuna. Dass wir das als Ziel haben, diese beiden Kräfte in uns zu vereinen, zu verwandeln, frei fließen zu lassen. Und das können wir einfach üben, indem wir das in unsere Sprache mit aufnehmen. Ich nenne das gerne mit dem ganzen Körper horchen. Denn unser ganzer Körper ist wie ein Gehör. Der ist abgebildet oben im Gehirn. Ganz einmal rum über diesen großen Hauptlappen ist unser ganzer Körper abgebildet. Vor allen Dingen unsere Wirbelsäulen und unsere Hände. Und wir hören mit Schwingung mit unserem ganzen Körper ein sogenannter ganzheitlicher Eindruck. Sollen wir mal Pause machen? Nee. Und die Lippen habe ich nur gesagt. Die Lippen sind auch groß. Man kann auch verschiedene Dinge trainieren. Zum Beispiel während der Trainingsphase werden ganze Teile vom Gehirn gesquattet, vom Klavierspiel lernen oder auf einem Einrad fahren und so weiter. Die werden dann vorübergehend davon in Anspruch genommen. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass unsere Sprache erstmal dafür dient, unsere existenziellen Bedürfnisse zu bedienen, aber so einen intellektuellen Schleier darum machen. Wir rechtfertigen alles ganz schön. In Wirklichkeit geht es um Liebe, um Essen, um Sicherheit, also um das, wo es Tieren auch geht. Und wir machen das halt mit der Sprache haben wir uns offensichtlich einen evolutionären Vorteil geholt. Und das spricht bei den meisten, wenn man länger als zwei Minuten mit ihnen spricht, bei den meisten Menschen auch ziemlich schnell aus ihren Worten raus. Worum dreht sich alles, wie die eingerollte Schlange, alles dreht sich ums Ich und die eigenen Bedürfnisse. Und dann entwickelt sich einmählich dieses Loslassen vom Ich und man erkennt, es geht nicht alles nur darum, bis man völlig selbstlos handeln kann. Und ich finde es sehr schön, wenn es dann im Pragmatischen letztendlich die verschiedenen Philosophien, so schreibe ich das in meiner Schlussbemerkung, wieder das aufs selbe hinauslaufen, weil ob da ein guter Christ ist, der ganz selbstlos ins Wasser springt, um einen Ertrinkenden zu retten oder ob da einfach ein Buddhist ist, der so schon selbstlos ist und ins Wasser springt und zu retten, das ist eigentlich dem, der gerettet wird, völlig egal. Also da beißt sich die Schlange in den Schwanz und deswegen machen wir jetzt hier mal an der Stelle eine kleine Pause und zeigen ein paar Bilder, damit wir eine Vorstellung davon bekommen, wovon ich jetzt geredet habe, denn wenn wir ein bisschen was sehen dazu, ist das auch manchmal ganz hübsch. Soll ich mal das runterlassen? Dann kannst du den Computer einmachen. Das ist in Schottland in einem buddhistischen Kloster, eine Statue von Nagarjuna. Das ist jetzt nicht Nagarjuna, sondern es ist Shakyamuni Buddha und sehen sie mal, der ist auch auf dem Thron, auf einem Schlangenthron und wird auch umgeben von Schlangen. Das sind die Nagarkönige, diese Verbindung wie in einer Lemdiskate, männlich und weiblich, so wie man das auch im Tao kennt, Yin und Yang verbunden, natürlich anthropomorphisiert und es wird noch wie der hemetische der Kult des Hermetismus mit dieser Doppelschlange immer noch sozusagen als Kult angebetet, die Schlangen Gottheiten, Fruchtbarkeitsgöttinnen. Wir in unserer Kultur sind mehr an den Stab des Eskulapius gewohnt, meistens nur eine Schlange, nur in eine Richtung, was natürlich, das kennen wir hier, dieses Gemälde und diesen Eskulap mit der Schlange, was, wenn man sich das ganz gut überlegt, eigentlich nicht so ganz der Sinn der Schlangenenergie sein kann, so wie die Hermetiker das verstehen, die haben das eher als etwas Doppeltes verstanden, nämlich als die Kundalini, die in uns aufsteigt, durch den Zentralkanal angegeben und natürlich das Gehirn mit den beiden Gehirnhälften oben ist sehr viel weiter, aber die Aufsteigenden und die Absteigenden oder die Sonnen- und Mondkräfte, die Polarenkräfte, wobei das nicht heißt, dass man das jetzt gleich wieder verdinglichen muss und sagen, so ist das und da ist das dann rot und da ist das grün, aber nicht diese Schattierung, sondern jene und so weiter, da kann man sich herrlich drüber streiten, das ist nicht der Sinn der Dinge, aber es gibt natürlich eine Grundlage, auf der man diese Benennung gut funktioniert. Und dieses Bild von dieser Vase habe ich mitgenommen, weil der Merkur, der diese Verbindung repräsentiert, der Hermes, an den Fußgelenken zwei Flügel haben und die sind hier auf dieser Bildung nicht dargestellt. Ich kenne solche alten hermetischen Kaduceus-Stäbe, in denen da unten auch zwei Flügel sind, aber ich habe keinen im Internet gefunden, wo ich Ihnen das hätte zeigen können, deswegen habe ich diese Vase gemacht. Traditionell sind natürlich auch unten, wo der Wassermann an den Füßen ist, wenn man jemandem die Füße dort hebt, dann kriegt er ganz schnell ein Gefühl von seinem Pranakörper, von seinem Energiekörper, von seinem Atemkörper, wie im Traum, wenn wir schweben. Das ist ein ganz wichtiges Element, das ist so eine Schlange und ich habe mal das Rückenmark, das zentrale Nervensystem daneben gemacht, da so eine Ähnlichkeit, Verbindung herzustellen, und man sieht sogar wie im Kaduceus, dass sich die Dinge überkreuzen, sieht man hier auch, die sogenannten Pyramiden überkreuzen sich hier unterm Stammhirn, unser ältestes Gehirn und bedeuten, ja das erkennt man zumindest das Motiv der verwickelten beiden Schlangen wieder, das ist die Lateralität rechts und links, die wird überkreuzt und auf der Ebene der Hüfte, wo das zentrale Nervensystem beginnt, findet nochmal ein Lateralitätswechsel vorne und hinten statt, wie Sie wissen, sind wir hier überall jenen und weich, aber bei den Beinen sind wir hinten jenen und weich und das Harte ist der Rücken, das Feste und bei den Beinen ist es vorne und die kreuzen sich hier, überkreuzen sich die Meridiane, die auf dem Rücken rumgehen, laufen hier vorne weiter und die Vorderen hinten weiter rum, also diese doppelte Faltung, Einfaltung, Prapanka heißt Entfaltung, da gibt es also einen Zusammenhang zwischen Energien und dem, was in unserem Geist entsteht, wie können wir uns wieder entfalten, indem wir diese Kräfte aktivieren und das sind jetzt ein paar Bilder zu unserem Sprachzentrum, die ersten, die gefunden wurden, sind das Brücker und das Wernicke Zentrum, aber in Vollzug selber werden alle, wird dieser ganze Äquator des Gehirns, so heißt das, wird aktiviert und da werden zwischen visuellen und motorischen Zentren hin und her geschaltet, das hier vorne sind sogenannte Assoziationsfelder, also bei jedem Wort wird sofort abgecheckt, was wird assoziiert, gibt es was Bekanntes und mit 5 bis 20 Prozent Information und Input machen wir ein hundertprozentiges Bild vom Wort. Es gibt moderne Wissenschaftler, die das Gehirn beschreiben als ein Orakel Maschine. Es ist darauf aus, möglichst effektiv Vorhersagen zu treffen. Ich fange einen Satz an und sie erwarten schon vom Klang der Stimme, wie es weitergeht und was gleich kommt. In der fremden Sprache ist es dann natürlich ein bisschen anders, aber tatsächlich so funktioniert unser Hören, unser Sprechen. Nun, ganz, ganz kleiner Teil ist tatsächliche Information und bis heute ist es nicht gelungen, was wir können an Synthese Leistungen, Sie kennen das mit diesem Für die Bank, müssen wir irgendwo im Internet irgendeine Zahl erkennen, der Computer kann das nicht erkennen und ich frage mich manchmal, warum fällt ein Computer das so schwer, das sieht man doch, dass das eine sieben, eine acht, eine neun ist, der sieht das nicht, mit ein paar Strichen dazwischen, das ist unser Gehirn, was das ständig macht, das heißt, wir machen uns eine Welt und es ist auch gut, wenn wir uns eine Welt machen und diesen mächtigen Aspekt selber in die Hand nehmen, damit wir nicht nur gemacht werden, vielleicht können wir nachher ein bisschen was da mit arbeiten, selber dieses schöpferische Potenzial der Sprache auszuschöpfen. Könnte man noch viel sagen zu diesen Gehirnforschung, hier ist es einfach mal ein bisschen aufgeteilt, was passiert, wenn wir etwas lesen, dann haben wir ein paar Eindrücke, die werden ergänzt im Lesezentrum durch andere gespeicherte Dinge, oft überlesen wir dann mal auch kleine Fehler und dann wird das mit Sinnen verbunden, das ist das sensorische Sprachzentrum, wird immer auch das motorische Sprachzentrum mit aktiviert, das bedeutet selbst, manche Leute, die bewegen sogar ihre Lippen, wenn sie lesen, das ist ganz lustig, aber es wird tatsächlich automatisch und der ganze Körper ist mit einbezogen, das sind diese Punkte, die nach da oben zu fünf, sechs gehen, praktisch der ganze Körper liest und spricht und hört mit, was unser Gehirn angeht, ist doch sehr erstaunlich, weil wir denken, Sprache ist irgendwas, wo man so einen Rahmen drum machen kann und hat mit dem Rest des Lebens nichts zu tun, aber es ist überhaupt nicht so. Wir sind Sprache, unser ganzes Wesen ist von der Art, wie Sprache funktioniert, durchtränkt, unser Gehirn ist so strukturiert. Und im Kommentar zu diesem Bild steht, ganz lustig, so läuft das bei den westlichen erforschten Probanden ab. Ob das in China so ist oder in Afrika oder so, das wird nicht dazu gesagt, aber das ist damit gemeint. Das weiß man nicht, weil die Bildersprache haben zum Beispiel. Die Chinesen haben eine ganz andere Sprache, wenn man sich die Worte anschaut, wie Qi oder so etwas gebraucht wird. Ein sehr zentrales Konzept. Der Professor Elberfeld, der hat sehr viel dazu gearbeitet und ich finde wunderbare Bücher geschrieben, wie diese verschiedenen Sprachen eine ganz andere Welt bedeuten. Bei uns ist dieses Wort Kultur seit 200 Jahren sehr in, also es gibt nichts, wo es nicht mehr Kultur mit dazu man kann. Gehirnforschungskultur, Buddhismuskultur, alles kann man mit Kultur verbinden. Ganz Pflegekultur, überhaupt alles kann man mit Kultur verbinden und in China kann man alles mit Qi verbinden. Es gibt mit Qi, Energie, das ist das zentrale Wort der chinesischen Kultur und zwar bis heute. Was für ein anderes Leben müssen die haben? Das finde ich sehr interessant und er macht sehr genaue syntaktische grammatische Forschung, um zu zeigen, wo die Unterschiede sind, aber es gibt noch keine Gehirnforschung, die da Vergleiche anstellt. Das muss man mal schauen. Zumindest kann man schon bestimmte Unterschiede bei bestimmten Sprachen, also audiometrisch kann man die schon feststellen. Der Dalai Lama hat sich immer sehr dafür interessiert, das ist hier so ein Frequenz Computer Tonografie Gerät und er lässt sich das da gerade erklären. Ich weiß nicht genau, wer da getestet wird, aber meistens sind es Meditierende, die da getestet werden. Das hier sind ein paar Funktionsbilder von verschiedenen Meditationsformen. Wer am Freitag kommt zur Meditation weiß, dass es diese konzentrative Meditation gibt, das ist diese hier, da versucht man die Gedanken möglichst zu reduzieren und wenn man Meditation macht oder einfach weit und auf die Gedanken nicht zu reagieren, dann kommen unglaublich viele Gedanken durch, aber man greift nicht mehr und das ist sozusagen die Verarbeitung von energetischen Impulsen und dadurch, dass man nicht reagiert, heilt oder befriedet sich was aus. Das ist wie Wellen, die an keinen Rand stoßen, die werden einmählich immer weniger. Das ist die Meditation, die ich gerne unterrichte, weil sie so sehr unserer Zeit entspricht, dass wir erst mal zur Ruhe kommen, um dahin zu kommen. Das ist ein ganz anderes Verfahren. Das sind mal zwei Bilder von Aura. Ich weiß nicht, ob das in echt ist, diese dunklen Schatten. Es sieht so aus, als wäre das ein fester Körper und da wäre Licht drumherum. So kann man das glaube ich nicht darstellen. Ich erinnere mich an ein Bild, was ich gemalt habe, als ich in der ersten Klasse war, sollten wir ein Selbstbild malen. Und ich habe mich als Regenbogen gemalt. Aber da war nichts dunkel. Aber so empfinde ich mich eigentlich immer noch. Eher wie so eine Lichtquelle oder wie so ein Energiefeld. Und das ist, glaube ich, da im zweiten Bild schon ein bisschen besser ausgedrückt. Goyasamaja, das ist der König des Tantras. Das ist die Praxis, die Nagarjuna ganz besonders intensiv praktiziert hat, zu der viel gearbeitet hat und in der diese ganzen feinstofflichen Dinge sehr ausführlich dargelegt worden sind. Ich habe einfach gedacht, man kann heute überall tibetische Tankas sehen. Da kann ich das auch hier mal zeigen. Das ist im alten Tibet natürlich eigentlich ein geheimnis Bild, was nur als Meditationsobjekt gilt. Also der männliche Aspekt, der ist ein Symbol von Mitgefühl, Praxis und der weibliche Aspekt von Weisheit, um das es hier geht, Shunyata. Der Gegenpol, den sehen wir auch hier draußen, also von hier aus, wo ich spreche, sehe ich das an der Stupa. Das ist der Garuda-Vogel, der Garuda-Vogel sozusagen der Schützer der Ethik oder der Samaya, und der hält diese Schlangen in seinen Fängen. Deswegen wird der oft assoziiert, wenn wir anfangen mit Kundalini zu arbeiten, mit Energie zu arbeiten, es ist vor allen Dingen wichtig, dass man immer gleichmäßig die Praxis des guten Herzens und des Mitfühlens des Altruismus entwickelt hat unter Selbstlosigkeit, weil sonst die Energien und die erweckten Energien im Chaos enden. Und deswegen ist der hier auch über der Buddha-Statue direkt oben da in diesem gelben Rand. Können Sie nachher mal vorbeigehen, da ist der Garuda, der hält diese beiden Urkräfte, die ochtonischen Kräfte, wie sie manchmal heißen, aus der Tiefe des Erdinnerns kommen, unsere Lebenskraft, die hält er sozusagen, hat er im Griff. So, das war jetzt eine kleine Showeinlage. Ach ja, vielleicht, ich wollte gerne mal was erzählen, diese Kräfte hangen sehr stark mit Alchemie zusammen. Also man sagt, dass der Nagarjuna ein großer Alchemiker war und Patanjali war auch ein großer Alchemist. Und ich hatte mal ein Stück Merkur aus einem Alchemielabor aus Indien, so groß ungefähr, alchemistisches Merkur, und wenn ich das Patienten in die Hand gegeben habe, die so abgehoben waren, dann hatten die das Gefühl, dass das unglaublich schwer ist. Dann haben die sich gesetzt und die Hand auf den Schoß gelegt, weil das so schwer ist. Und wenn jemand so ein richtig so ein Down-to-Earth war, dann hat er gesagt, was? Dann hat er es nicht halten können. Das ist ihm weg geflogen. Merkur, so widersprüchlich können die Sachen sein. Das finde ich toll, dass Alchemisten sowas schaffen. Und das wird eben auch von Nagarjuna berichtet, dass er es geschafft hat, Eisen zu verwandeln in Gold. Das bedeutet natürlich, die ganzen Eisen ist das Element des Kriegers. Ayuna, der Krieger, das kann auch alles nur symbolisch sein, das weiß ich nicht. Aber er hat es geschafft, diese kriegerischen Kräfte in Gold zu verwandeln, in strahlendes Licht. Vielleicht bedeutet das Verwandeln von Blei auch lediglich, dass wir unseren trägen Saturn ein bisschen zu Licht verwandeln. Naja, wenn man dann so eine Arbeit schreibt und das liest, es ist alles wunderschön, aber wir sind so gewohnt, ein Philosophie-Traktat, These, Begründung, gute Argumente und eine Schlussfolgerung, so hat der Nagarjuna überhaupt nicht geschrieben. Denn in der damaligen Zeit, da hatten die Leute noch, was hatten die damals noch, was will ich jetzt gleich sagen, Köpfchen, die konnten sich alles merken, jahrhundertelang, konnten sie sich ganze Sutras lehren vom Buddha merken und der Nagarjuna hat so ein Merkbuch geschrieben, das ist sozusagen memotechnisches Hilfswerk, wenn diskutiert wird, dann wusste er immer, konnte er sich immer auf die Stellen bezogen und da sind auch Verse, wo die Gegner sozusagen, seine philosophischen Gegner zu Wort kommen und danach gereimt, wie die reinste Musik, hatte sich dann die ganzen philosophischen Argumente, also ich stelle mir eine Gedichtphilosophie vor, das wäre wunderbar und ich habe noch ein bisschen nicht so viel Sanskrit gelernt, aber ich denke, ich lese Ihnen mal die ersten Verse vor, weil es ist einfach, wenn Sie die ganzen Bücher lesen, die hier in der Bibliothek steht, wo es um Leerheit und das alles geht, das hört sich alles so deutsch an und deutsch ist eine wunderbare Sprache, als ich nach 30 Jahren im Ausland in Dharamsala in meinem sechsmonatigen Retreat zum ersten Mal im Tara-Gebet auf Deutsch hörte, da kamen mir so die Tränen, weil es so eine Tieferinnerung war, ich hatte vorher viel so aus Italienisch ins Portugiesisch übersetzt, in Brasilien das erste buddhistische Zentrum gegründet und die Friedensuniversität und immer in vielen Sprachen, aber Deutsch gab es da nicht viel und das war für mich die Entdeckung, ich war richtig glücklich mit der Aussicht dann nach Deutschland zu kommen hinterher und also nichts gegen Deutsch, aber nun hören wir mal an, wie sich die Mula Madhyamika Karika anhört. Anirudam, Anudpadam, Anudcidam, Asasvatam, Anikatam, Anantarnam, Anangamam, Anirgamam, Ya Pratityasamudpadam, Pranankopasamam, Sivam, Tesayam, Asasamudas, Vandevadatam, Varam, Nasvato, Napiparato, Nadvamyam, Napi Aetutta, Utpana, Jatuvidhyante, Bhava, Kvikana, Kichana, Katvara, Prataya, Heto, Arambanam, Anantaram, Tataya, Vadyapatayam, Cha Pratayo, Nastipankama, Naji, Naji, Svabhava, Vabanam, Pratye, Vadyus, Vidaite, Avidyamane, Svabhava, Baravo, Navidyate, Kriana Pratayavati, Naprataayavati, Kriya, Prataya, Nakriyavanta, Kriyasvantas, Kasuntiuta, und so weiter. Ist das nicht schön? Ja, wunderschön. Und einige Worte haben Sie bestimmt wiedererkannt, Svabhava, und so weiter. Das bedeutet dieses Selbstsein. Wo man sagt, so kann das nicht sein. Das Selbstsein kann es nicht sein. Ich finde es sehr schön, wenn wir manchmal im Ausland sind und einfach an heiligen Plätzen die Sprache hören, auch ohne das zu verstehen. So wie Mantra singen oder so etwas. Wenn die Dinge wiederholt werden, haben sie auch eine sehr, sehr tiefe Wirkung. Und ich dachte, nicht nur über den semantischen und syntaktischen Inhalt der Leerheit zu sprechen. Ich könnte Ihnen jetzt natürlich die Stellen alle erklären, aber ich weiß nicht, die Zeit vergeht so schnell. Vielleicht sollten wir lieber noch mal diesen Aspekt der Schönheit im Augenblick kontemplieren. Ich weiß nicht, wie meine Mutter das gemacht hat, aber sie hat jeden Tag morgens, wenn sie aufgewacht ist, gedichtet und den Rest des Tages gesungen. Traurige Lieder, traurige Lieder und lustige Lieder und alberne und ernste und schöne Lieder. Und wenn jemand dazukommen muss, der dann unbedingt gleich zweite Stimme singt und dritte Strophe. Aber nicht nur das, sondern sie kannte von allen Liedern alle Strophen. Zwölf Stroßen, der Mond ist aufgegangen. Und diese ganzen Kirchenlieder, die immer 15 Strophen haben, die kannte sie alle. Und dann, wenn sie nicht gesungen hat, hat sie irgendeine Ballade von Schiller aufgezählt, wenn ich sie irgendwas gefragt habe. Und nicht nur das, sondern wenn sie was vergessen hatte, hatte sie die Fähigkeit, indem sie es gesungen hat oder zur Ruhe gekommen ist. Morgen früh weiß ich es dann. Und da hat sie gesungen und reingespült und dann kamen die Dinge wieder. Und ich möchte gerne, obwohl wir noch gar nicht richtig angefangen haben, Also hier liegt immer noch meine Seite, auf der Null steht. Und da gibt es noch acht handschriftliche Seiten für heute Abend und noch die ganzen schriftlichen Arbeiten und die Quellen. Es gibt noch eine Fortsetzung. Können wir gerne machen. Also sagen wir mal, das, was ich Ihnen versucht habe zu erzählen, waren meine eigenen Worte. Und Deutschland als Dolmetscher hat man immer die Angewohnheit, von den vielen Möglichkeiten, die Worte zu verstehen, das auf vielfältige Art zu übersetzen. Schauen Sie mal, in welches große Lexikon Sie wollen. Jedes Wort, Englisch, Deutsch, Französisch, egal welche Sprache. Hinter jedem Wort stehen immer ganz viele Übersetzungen, weil die Einteilung der Welt, welche Situation man was sagt, völlig anders ist. Ich habe mal irgendwie hier ein Beispiel, zum Beispiel Knowledge oder so, das mal in meiner Arbeit irgendwo zitiere ich das. Und dann hier auch diese klassischen tibetischen Begriffe. Zum Beispiel das Wort Wissen wird in Sanskrit in über 20 verschiedene Art und Weise übersetzt. Oder Dharma, das Wort. Das kann die Wirklichkeit bedeuten oder Lehre, das Gesetz, die Sitte, die Pflicht. So viel. Und so ist es mit jedem Wort. Also die Worte, die ich versucht habe, heute Abend zu wählen, die kann ich, oder die habe ich in meiner Arbeit begründet, warum man das so benutzt. Aber ich habe das Ihnen jetzt heute Abend ein bisschen ersparen wollen. Ich versuche es einfach, auf den Punkt zu bringen. Aber jetzt ist natürlich die Möglichkeit, noch ein paar Fragen zu stellen, die jetzt aufgetaucht sind oder die Sie schon mitgebracht haben, um das rund zu machen. Also danke nochmal für den Vortrag. War sehr schön, sehr spannend. Würdest du sagen, indem ich Vielsprachigkeit habe, also indem ich mehrere Sprachen verstehe und dementsprechend auch, um die Sprache zu sprechen, eine andere Sprache muss ich mich auch in deren Denke mit reinleben. Und ich merke es teilweise vielmehr, die Begriffe im Deutschen oder im Englischen, wie auch immer, weil es sie in dem Sinne da nicht so gibt, dass das auch eine Hilfe ist, zum Beispiel, um seine eigenen Konzepte zu verändern, sich zu öffnen sozusagen. Also dass quasi wirklich die Vielsprachigkeit ein Instrument sein könnte, um da hinzukommen. Dem letzten Satz würde ich gerne zustimmen. Es kann ein Instrument sein, die Phase von mehrsprachig aufwachsenden Kindern, bis dieses System im Gehirn, was wir gesehen haben, dieses Komplexe sich abschließt, also bis sie eine wiedererkennbare Sprachstruktur entwickeln, mit der sie sozusagen dieses Vorhersagesystem anwenden können, was im Leben Sicherheit gibt, ist genau doppelt so lang. Sonst lernen die Kinder mit eins, sich sprachlich zu orientieren nach den Forschungen, und zweisprachige Kinder schließen das erst mit zwei Jahren ab. Das ist also doppelt so lange. Und wenn diese Menschen sich auf einen spirituellen Weg später machen und eine gewisse Offenheit haben, ist das von Vorteil. Aber für eine weltliche Karriere ist das manchmal eher von Nachteil, weil die Identität, die sie haben, nicht so stark ist. In unserer vielsprachlichen Welt, in unserer multikulturellen Welt, denke ich, ist es in Ordnung, viele Menschen zu haben, die auch diese gewisse Unsicherheit gelernt haben, damit zu leben. Aber es muss nicht von Vorteil sein, je nachdem, welches Ziel man hat. Ich würde mal so gerne wissen, wann hat man da bei Jona gelebt? Etwa 150 bis, naja, die besten Schätzungen gehen 700, 600 etwas. Die realistischen, nach Christus, die realistischen Schätzungen sagen 150 bis 250 nach Christus. Aber er hat ein paar Dinge praktiziert und zitiert, die erst 500 Jahre später überhaupt entstanden sind. Das kann also sehr gut sein, dass so wie man alles immer auf den Buddha zurückgeführt hat, nach Nagarjuna, zumindest nach ein paar hundert Jahren, alles auf Nagarjuna zurückgeführt wurde. Und wer wollte nicht gerne ein Krieger der Nagas sein? Und dann, damit es Autorität hatte, gab es dann viele Schriften. Ich selbst habe nur vier, die eindeutig aus der Zeit sind, vom Sprachspielen her, als authentisch. Von Nagarjuna zitiert in meiner Arbeit und es gibt ungefähr 20 weitere, die ihm auch zugeschrieben werden, aber wo es nicht hundertprozentig sicher ist, ob das seine Schriften sind. Ansonsten ist von ihm mehr legendenmäßig bekannt als faktisch. Ich würde gerne noch mal wissen, ob es ein Aspekt des Hörens auf der Aufmerrolle steht, weil du hattest ja alles Gehirn gezeigt und das zum Beispiel Sehen in die Schleife mit Einfluss. Ich glaube, ich spreche so lang, dass ich das nicht brauche. Da habe ich vermisst, was ist mit Hören, weil blinde Menschen zum Beispiel haben ja diese ersten zwei Faktoren nicht und trotzdem ist diese Schleife ja vorhanden, weil die können sprechen. Und da habe ich mich gefragt, wie sieht das dann? Also ich meine, wie hat das Hören, was für eine Wirkung hat das? Weil du da so gar nicht drauf eingegangen warst. Okay. Also das Hören ist einerseits über das Ohr und die Cochlea im auditorischen Zentrum, also wo der Hörnerv endet, im auditiven Zentrum, was direkt in der Mitte ist, wo ich diesen ersten Kreis, das Wernicke-Zentrum, gemacht hatte. Also das ist identisch mit auditiven Zentrum. Da läuft das sozusagen durch. Von den Sehnerven läuft das durch. Entschuldigung, wenn ich das nicht erwähnt habe. Aber insgesamt ist es eben interessant, dass wir mit unserem ganzen Körper hören. Und dass ich habe in Brasilien viele Jahre lang jeden Monat zum Wochenende nur zum ganzheitlichen Hören gemacht. Das ist, die Brasilianer haben ein sehr körperbetontes Leben und haben unglaubliche Fähigkeiten, Dinge, Schwingung im Körper zu spüren. Also ich hatte mal eine Gruppe, nach einem Jahr haben wir so Gläser Wasser im Doppelblindversuch auf dem Elektroherd, auf dem Gasherd, in der Mikrowelle und so weiter. Und wir hatten über 80% richtige Antworten. Wenn die Menschen Wasser, das von der gleichen Quelle auf verschiedene Arte und Weise erhitzt und dann getestet, ob die Menschen das identifizieren können. Da können mit 80% richtige Antworten, was unglaublich viel ist, weil bei vielen Alternativen ist die Wahrscheinlichkeit ja nicht 50%, wenn es nur zwei gäbe, sondern 10% oder so etwas und dann 80%. Das heißt, im Grunde genommen, wenn wir lernen, mit unserem Körper zu hören und auf Schwingung zu achten, können wir genau wissen, wann etwas für uns gesund ist, wann etwas nicht für uns gesund ist, wie wir damit umgehen. Das würde dann ja auch im Prinzip die Wirkung von Homöopathie auch erklären, wenn man sagt, die kleinste Einheit ist die Schwingung oder die Information, warum dann eben auch Homöopathie wirkt. Ja, das mit der Homöopathie ist ein Grund, weswegen das nicht aus der Quantenphysik kommt, was dafür spricht, dass es Wirkungen gibt, die rein aus der Information kommen. Denn molekular ist nur die Trägersubstanz immer vonnöten, entweder Wasser oder Zucker, aber Anthroposophen, die haben nicht nur Bilder gefotografiert in der Dampfwolke, wie die verschiedenen Buchstaben und wie das, was wir atmen, wie sich das manifestiert, sondern auch die homöopathischen Mittel. Und insbesondere Wasser ist offensichtlich dieses Trinitäre Molekularsystem, wo jeder Winkel eine andere Information enthält, ein sehr guter Träger davon, die können sich natürlich verändern, die zwei H-Moleküle gegenüber dem O-Molekül und dadurch verschiedene Informationen haben. Die Engel, auf Englisch heißen Angle, schreibt man genauso wie die Winkel. Also es sind verschiedene Aspekte von der Einheit, wie das zusammengesetzt wird. Warum das durch dieses Zerreiben und Verdünnen und Potenzieren, so ähnlich wie wenn man Seifenblasen bläst, auf jede Seifenblase wird die ganze Umgebung abgebildet. Wenn man mal sich solche Seifenblasen anschaut, wenn die vorbeifliegen, sieht man auf jeder Seifenblase die ganze Umgebung. Und so wird die Information durch dieses Verschütteln, das heißt Potenzieren, sozusagen auf immer tiefere atomare Strukturen verteilt, bis hin eben in den submolekularen Bereich. Natürlich. Du sagtest vorhin, dass die Sprache mit der Kundalini Energie verbunden ist und da ist mir jetzt noch nicht so klar, in welcher Form die Sprache mit der Kundalini in der Bindung steht. Also über die Symbolik erstmal, Merkur ist das Kommunikative, was kommuniziert sind Energiefelder, man hat also festgestellt, dass Kinder, die lernen, nur einen ganz kleinen Prozentsatz semantische Inhalte lernen, aber einen großen Prozentsatz dessen, was sie lernen, sind die Gerüche, die Sicht, die Atmosphäre, wie der Lehrer sich benimmt und so weiter und so fort. Also alles dieses Nicht-Mentale macht einen Großteil dessen aus, was Kinder lernen. Das bedeutet, wir lernen eigentlich, so wie in dem Bild von den zwei Auras, wir lernen von Aura zu Aura. Wenn wir lange genug sitzen würden zusammen, bräuchte ich in meiner Arbeit nicht mehr vortragen, dann wüssten sie, was ich geschrieben habe. Das ist ein Scherz, aber in der Richtung geht das. Das ist also erstmal tatsächlich, dass unsere Energiesysteme miteinander in Kontakt sind, weil die nicht auf unser physisches Körper begrenzt sind. Und der semantische Aspekt ist dann einer davon, der muss immer in Resonanz mit der Energie der enthält die Energie, kommt übers Stammhirn, wird erst verarbeitet in diese ganz urtümlichen Instinktsachen wie Geruch, wird hier hinten verarbeitet, Gleichgewichtsorgan, dann kommen verschiedene Funktionen wie Gleichgewicht, muss ich mal überlegen, was haben wir da hinten noch? Geschmack? Irgendwie so Geruch, Geschmack, also ganz ursprüngliche Sachen. Und die Energie geht dadurch durch und dann kommt die erst in Bereiche, wo es mit Denken und mit rationalen Dingen losgeht. Und das heißt, auf dem Weg wird erstmal alles animiert und mitgenommen und immer mit gespeichert. Und das ist bei Kindern schon so. Das kann man tatsächlich auch nachweisen, wie die Strömen. Die Kundalini ist natürlich jetzt eine Kraft, die schon in dem System mehr bedeutet als nur Lebenskraft, die in dem Bezugssystem der indischen Tradition, aus dem wir auch Nagarjuna kommt, geht es sozusagen über das, was vielleicht Prana oder Chi oder Ode oder Odem ist hinaus, als eine spirituell kultivierbare Kraft, die sich auf verschiedenen Stufen ausdrückt. Aber zum Beispiel diese Praxis Pranidana, sagt Ihnen das etwas? Pranidana ist eine Praxis, die in der Zeit auch viel gemacht wird, wo eigentlich Dana ist die zweite Vollkommenheit die erste Vollkommenheit Dana das Geben Pranidana ist das Geben von Prana die Vollkommenheit des Gebens ist ein was auch in der Begrüßung sich ausdrückt also wenn man zum Beispiel Ehrfurcht hat, begrüßt jemanden dann gibt man seine Lebenskraft durch Worte durch die Begrüßung es gibt noch eine Sprache in der das sehr schön ausgedrückt ist Hawaiianisch kennen Sie vielleicht Aloha Aloha Alo heißt bei etwas sein und ha ist der Atem wie bei uns Hallo sind die gleichen Worte Hallo und ha das heißt wir atmen zusammen ich bin im Atem bei dir meine Energie ist bei dir und sind die gleichen Worte für Allah Allah ist der Artikel bei etwas sein was sehr intensiv ist mit Doppel L und ah bedeutet nur Atem der große Atem im großen Atem sind wir alle verbunden und diese Kundalini ist sozusagen diese Kontrolle diese Lebenskraft in spirituelle Zentren in spirituelles Wissen zu verwandeln und das ist eben kein intellektuelles Wissen sondern ein Wissen hat bei einem Philosoph gesagt das sich nicht in Handeln umsetzt ist kein Wissen und die alten die alten Pharaonen unsere guten Freunde die mussten ganz viele Handwerke lernen auf ihrem Training und sie wurden als kleine 4-5-Jährige in die Schule geschickt immer Junge und Mädchen zusammen und dann mussten die zehn Jahre zusammen lernen und mussten Arbeide mussten sticken und stricken und malen und Erdarbeiten und Musikinstrumente lernen und so weiter und so fort um diese ganzen Gehirnzentren zu und wenn das Gehirn voll entwickelt ist spirituell entwickelt ist durch diese ganzen Stufen dann ist das was sehr pragmatisches also Sprache ist dann auch wirklich sehr etwas was sich niederschlägt im eigenen Leben das ist meine Tendenz kann man gut merken wenn man heilt ja also dann liegt es an Ihnen was wir jetzt machen wollen wir zum Schluss kommen möchten Sie noch ein paar Sachen machen oder möchten Sie noch ein paar Dinge vertiefen ich kann mal schauen vielleicht ein paar Einzelheiten neulich hat mir jemand erzählt wie spricht man miteinander wenn man weiß dass man verwandt ist abgehört wird wie spricht man es gibt so viele Krimi Kriminalfilme in denen irgendjemand aus größter Not gerettet wird weil nur er und jemand anders irgendein Wort so versteht und obwohl sie gefilmt und abgehört werden und so weiter nicht verstehen das wäre vielleicht mal was was wir lernen sollten wie spricht man wie spricht man als Buddhisten miteinander wenn man nicht sagen möchte dass die dinge inhärent existieren sondern dass sie einfach nur da sind die dinge sind einfach da und zum zweck der kommunikation redet man damit man sich zu einer bestimmten zeit verabredet also das heißt nicht dass die zeit absolut ist oder man sagt möchten sie sich setzen nicht weil da kein Stuhl ist und nachher fällt man auf den Boden sondern einfach weil es ist konventionelle Ebene vielleicht könnte man auf diese Sache nochmal einsteigen also sie wissen ja dass die Übersetzung die traditionell von von den jetzt muss ich nochmal eben schauen dass ich das richtige Wort sage ist alles ein bisschen viel und zwar die beiden Ebenen ist ja Samvritti und Prapankasatya und das Doppelte das heißt Dvaya genau also Dvaya Satya die zwei Wahrheiten das ist auch sehr interessant weil die ersten die das übersetzt haben das mit die zwei Wahrheiten übersetzt und bei uns klingt das dann fast so wie da ist die eine Wahrheit und das ist die andere und das haben die einen miteinander zu tun und wie wenn ich meinem Philosophie Professor erklären soll dass die Buddhisten sagen es gibt nicht eine Weitheit ein Logos oder irgendwas wonach den Menschen sondern es gibt mal zwei dann sagt kaufen wenn man dann aber genau reinschaut in die Bedeutung dann ist Dvaya nicht nur zwei sondern auch dual oder doppelt oder mehrfach oder vielaspektig es bedeutet einfach alles Dvaya ein Konzept und Satya bedeutet nicht nur Wahrheit sondern Realität Wirklichkeit das was man über die wahrhaftig über die Realität aussagen kann und in meiner Arbeit fasse ich das also nicht als zwei Wahrheiten auf weil die Gefahr sonst besteht dass ich meinen Abschluss nicht schaffe sondern weil ich aus quantphysikalischen Gründen tatsächlich der Meinung bin dass es nur eine Realität gibt eine ganz natürliche Realität die schon da war bevor die Menschen mit der Sprache kommen und alles zugetünnigt haben und hinterher an ihre eigenen Phantasmen glauben sondern dass diese eine Realität zwei Aspekte hat so wie ein manifesten materiellen Aspekt und ein energetischen oder die Energien die kann man auch als Atmosphäre spüren als Energie einfach diese beiden Aspekte hat also eine Wirklichkeit mit zwei Aspekten die beide real sind aber sich mit mal wieder gegenüber treten ich habe sehr oft Patienten die sagen seitdem ich mich geärgert habe habe ich eine Allergie zum Beispiel nur ein Beispiel und und dann kämpfen sie ganz doll gegen ihren Ärger an aber wenn man ihre Aura misst viele sagen auch gar nichts und ich messe erst die Aura und dann hat sie dieses typische allergische Muster nämlich lauter Schubladen rein raus rein raus und das führt dazu statt weich wie eine Welle zu sein dass das so wie Schubladen Muster aussieht und immer zu sehr harten allergischen Reaktionen führt und dann fragt man natürlich nach gibt es Allergien und so weiter und so fort und dann gibt es oft diese Zusammenhänge und dann erkläre ich immer dass es eine Wirklichkeit gibt eine Energie eine Realität und die manifestiert sich in Ärger und die manifestiert sich in Allergie das sind die zwei Wahrheiten für mich eine Wirklichkeit mit zwei Wahrnehmungsorganen die wir haben das eine ist dieses empfindsame was wir eher wenn wir nach innen spüren fühlen was wir ganzheitlich spüren was Frauen mehr haben mit der rechten Gehirnhälfte und Künstler und so weiter und so fort und das andere ist das wie wir das logisch einteilen vorher und hinterher also ist das die Ursache von dem danach ich habe einen ganzen Abschnitt über Ursache also Nagar sagt Ursachen gibt es nicht es gibt lauter Bedingungen und eine Art von aber das ist nichts wesentlich anderes als alles andere zusammen wie ein Netz was geknüpft ist ein Netz entsteht aus vielen Fäden und alle Fäden zusammen machen die Wirklichkeit nicht ein einziger es gibt ein paar Bereiche in denen man relativ gut isolieren kann also in der mechanischen Physik kann man relativ gut viel aus klammern und sagen wenn das da ist dann ist das ein notwendiger und hinreichender Grund dass etwas passiert dieser notwendige und hinreichende Grund das wird dann als Ursache bezeichnet aber tatsächlich haben die Physiker vier verschiedene Arben von Ursachen und die Philosophen noch mehr der Aristoteles hatte die Causa Materialis und die Causa Finalis und die Causa Initialis also diese Dinge die was die Ursachen sind was sind auch wiederum völlig von unserer sprachlichen Einteilung abhängig wie wir die Welt einteilen und die Haupteinteilung ist wenn was vorher war ist es der Grund oder die Ursache für was danach kommt und diese verschiedenen Fragen die wir mit diesen verschiedenen ein Wort für viele verschiedene Situationen die geht Nagarjuna alle einzeln durch und sagt natürlich gibt es diese ganzen Bedingungen aber so wie wir das nennen und glauben das sei dann so so kann das nicht sein weil es immer zu Widersprüchen führt das sogenannte Katuskoti damit widerlegt er jeden möglichen Standpunkt alles was wir mit unserer Sprache sagen so muss es doch sein ich denke immer dazu weil wir ein Wort dafür haben sagt er nein so kann das nicht sein Ursachen Legie also auch alles was ich jetzt gesagt hätte würde wahrscheinlich auch widerlegen wenn man jetzt denkt so ist das und ganz real und da gibt es diese Energie und diese allergische Aura und dann führt das dazu und das muss dann aber bei jedem sein und wenn wir das nicht bei jedem nachweisen können dann kann es nicht so sein das ist wiederum was wo er sagen würde nein die Wissenschaft sagt doch selber wie heißt diese schöne unter sonst gleichen Bedingungen das sagen wir gibt es jemals was unter gleichen Bedingungen von Moment zu Moment ist doch immer irgendwas anderes also muss man doch irgendwie Scheuklappen aufhaben um zu sagen das ist natürlich jetzt nicht negativ gemeint sondern man muss den Blick einengen zu sagen das andere schaue ich mir nicht an und dann kann man sagen ok wenn ich nur ein Teil sehe dann ist es vielleicht gleich so deswegen Nagarjuna sagen diese Tendenz die wir haben mit unseren Worten zu sagen ok dann gibt es nur Sache das ist wirklich so das kann auch im Naturgesetz sein oder sowas das ist dann so und deswegen wird das so das würde Nagarjuna sagen geht nicht musst immer wissen du hast diese Begriffe mitgebracht in der jetzigen Kultur in unserer Zeit und diesen Glauben den projizierst du mit auf die Welt und nimmst sie so wahr und das immer wieder zu durchleuchten wissen sie weil es ist ein großer Unterschied ob wir sagen wir verkaufen Demokratie oder Kapitalismus aber wir benutzen einfach ein Wort weil das uns besser gefällt oder nennen das Ethik wenn es Moral ist oder Demokratie wenn es eigentlich um wirtschaftliche Sachen geht und so weiter also es ist alles sehr sehr wichtig glaube ich wenn wir irgendwie wach werden wollen und dieses Prozess ist nicht immer gleich drauf zu springen und das für wahr zu halten wenn Wort da ist sondern ins Herz zu gehen den ganzen Körper zu horchen zu lauschen und dann in die Stille und dann nochmal anfangen okay also zwei Wahrheiten nicht so down to earth wie zwei Stockwerke in einem Haus oder so sondern einfach zwei Aspekte von einer Wahrheit das zu nehmen okay dann hoffe ich dass das mal ein guter Startschuss war sich noch mehr über die Sprache zu Gedanken zu machen das ist ja in allen Kulturen ein sehr wichtiges Element man könnte noch ganz viel darüber diskutieren wie verschiedene Kulturen bestimmte Bereiche zum Beispiel mit Zeit anders umgehen oder mit Kausalität anders umgehen da gibt es dann auch wieder Theorien Worf und Worf hat zum Beispiel diese Theorie entwickelt dass das dann auch alles so in stufenweise ist ethnische Entwicklung der Sprache und so weiter das kann aber genauso kreisförmig sein oder überhaupt nichts damit zu tun haben es sind dann auch wieder so Sachen Thesen die man mitbringt in der Wissenschaft und dann versucht alles unter dem Gesichtspunkt zu sehen und das kann man überall eigentlich kann man diese Lehre von Nagarjuna morgens ins Handgepäck nehmen und dann ständig am Laufen haben mit dieser Brille die Welt anders zu betrachten und zu hören was die Leute reden und so weiter gibt es ein Buch von ihm das man gut verstehen kann nein also das kann man vielleicht könnte man den Brief an den König lesen da kann man dann über die kurzen Paragraphen Philosophie hinweg springen aber es geht immer darum das Verstehen im Sinne von wie unsere Sprache Verstehen versteht dass man dann was hat wo man stehen kann dass man was hat was man begreifen kann dem zieht Nagarjuna immer immer den Teppich unter den Boden weg er sagt also in meinen Worten würde ich sagen wenn es nicht paradox ist kann es nicht wirklich sein unsere Sprache ist nun mal polar und dann schließen wir die Widersprüche aus und schließen das dritte aus und so weiter die ganze Logik er zeigt dass jeder Satz ein Subjekt ein Objekt und eine Tätigkeit ein Verb enthält sonst macht das Sprache überhaupt keinen Sinn wenn ich nur wie indonesisch sie kennen sicherlich indonesisch oder nein ok hätte ja sein können indonesisch ist ein wunderbares grünes land und sie sind auch ganz in grün deswegen habe ich gedacht so indonesisch da spricht man lauter einzelne Worte und die verstehen alles indonesian indonesisch das ist alles eins reden ich rede du redest alles eins wir reden sie reden alles eins einfach einfache Worte eine wunderbare Sprache kann man an einem Wochenende lernen aber Nagarjuna sagt so ist das nicht es gibt nicht Substantive und Verben und so weiter und so fort sondern die Wirklichkeit ist eins und zum Zweck von Unterhaltung können wir darüber diese ganzen Dinge aus unserem Gehirn mit dem Sprachen draufstülpen und dann kommen wir miteinander zurecht aber das verändert die Wirklichkeit nicht die Wirklichkeit ist nun mal ganz anders die ist paradox und die können wir erst direkt erleben schlüssig gültig erkennen indem man diesen Argumenten die immer zum Widerspruch führen folgt oder indem wir einfach unsere Gedanken zur Ruhe kommen lassen aber das ist immer paradox also die Wirklichkeit ist wie Quantenphysik ist paradox ich bin hier und ich bin du ich bin ich und ich bin du du bist ich wer bist du nun oder ich bin hier und ich bin dort die zwei Elemente die irgendwann mal zusammen waren egal wie weit die auseinander sind bleiben immer in Verbindung und waren wir nicht alle schon mal irgendwie verbunden wir haben doch nur eine Atmosphäre auf dieser Erde glauben Sie dass die inzwischen nicht einmal rum ist und alle Menschen voneinander irgendwie die Luft eingeatmet haben also ich glaube es ist unmöglich dass wir nicht verbunden sind da habe ich schon in einer Dokumentation über was gesehen wo wir eigentlich herkommen wir atmen noch dieselbe Luft die auch Buddha der Buddha geatmet hat Absolut Absolut Altstein Absolut Absolut Zirkuliert oder das sind wir doch die gleichen Elemente die hier auf dem Planeten geschrieben geschrieben sind aus dem Weltall es gibt noch viele Dinge die man darüber einsteigen kann wenn wir anfangen über Träume und Symbolik zu reden einfach ist eigentlich die Sprache ein ganzer Aspekt den ich heute Abend ausgeschlossen habe weil es nicht Teil meiner Arbeit war aber der Philosoph Kassierer der hat die Welt als symbolische Form entwickelt das erste Band ist Sprache Sprache ist ein Symbol Bullein ist der Ball ist das Zusammenspielen damit wir zusammen damit wir kommunizieren können das ist unsere Energie die wir ständig austauschen über Symbole die Welt ist ein Symbol alles was wir sehen ist ein Symbol und zwar nicht nur für sich sondern auch für unsere inneren Prozesse das merkt man wenn wir träumen wenn wir abends was weiß ich ein Gebet sprechen träumen wir ganz anders als wenn wir abends vor dem Schlafen einen Krimi sehen und diese ganze Welt der Symbolik die ist sozusagen noch ein Schritt darauf hin was Nagarjuna mit dieser absoluten Ebene meint ich kann ja mal versuchen das nochmal zusammenzufassen also wie ich Nagarjuna interpretiere es ist so dass er sagt das was bei Wittgenstein die Alltagssprache ist die normale Sprache die ist in Ordnung das ist die konventionelle Sprache und mit Hilfe der konventionellen Sprache gibt es einen Aspekt der konventionellen Sprache mit dem wir auf eine andere Wirklichkeit deuten können die ist nicht anders als das aber die ist ohne Sprache die ist das alles ohne Sprache ohne Worte nicht irgendwo ein Himmel hinter der Wolke sondern die Welt ohne Sprache die können wir direkt erfahren und um die zu erfahren weil wir es ja nun mal gelernt haben wir können die Welt nur noch mit Sprache wahrnehmen müssen wir die Sprache nutzen um uns da wieder hinzuführen und wenn man das erfahren hat dann kann man die Sprache nutzen um anderen zu zeigen dass in der Sprache auch die Leerheit drin ist also die Alltagssprache die Sprache die andere Ebene die zweite Ebene die Wahrheit die letztendliche Wahrheit Paranatha Satya die letztendliche Wahrheit die ist ohne Worte und dann der Aspekt der konventionellen Sprache die uns dahin zeigt und aus dieser Wirklichkeit zu zeigen dass auch die Sprache und die Wirklichkeit nicht getrennt ist im Zen heißt es am Anfang hatte ich Berge und Täler oder Berge und Flüsse viel mehr und dann lernte ich zu praktizieren Zen zu praktizieren und mit mal waren da keine Täler und keine Berge mehr und als ich immer weiter praktiziert hatte waren da wieder Berge und Täler aber ganz normal ohne diesen festen Begriff diese vier Funktionen die unterscheide ich in der Arbeit das kann man auch in den Texten nachweisen aber es wird weil das keine eigene Ebene ist sondern innerhalb der Ebene eine besondere Funktion die erklärt warum man überhaupt diese Texte schreibt und das halte ich für uns wichtig weil ich glaube wenn wir uns unterhalten und uns öfter darüber unterhalten statt Smalltalk über das wie kommen wir dem näher wie können wir das spüren dann benutzen wir das wofür das Beste der Sprache also den Segen der Sprache alles andere ist eine Verführung der Sprache man sagt ja auch dass Brutashek Joguni zum Beispiel alle Sprachen beherrschte und dass er auch zu allen Leuten ganz unterschiedliche Sachen gesagt hat dass er sich das sehr gut erklären und man sagt er hat gar nicht gesprochen sondern hat mit Energie gearbeitet dann konnte er jedem das geben mit jedem der da saß hat auch was anderes verstanden wahrgenommen und dann ist auch die absolute Vielsprachigkeit also die perfekte sozusagen auch sehr gut erklärbar so wie du eben mit Händen also Füßen nicht aber mit Händen gesprochen hast also ich denke jeder der mal im Ausland gereist ist hat irgendwie gelernt dass man kommunizieren kann ohne mit Worten und ich verstehe es tatsächlich auch so wie du dass es eine Ebene gibt wo die Energie ganz erfüllt ist und direkt zum Energiekörper der anderen spricht und ich verstehe das auch viele Szenen in der Bibel Pfingsten das Wunder verstehe ich auch so weil das ist einfach da dann aber ich will mich nicht mit irgendjemandem dogmatisch anlegen aber tatsächlich kann man eben wie ich vorhin erwähnt habe nachweisen dass die Energie die Grundlage ist für die Sprache und für das für unser Nervensystem und für wie wir voneinander kommunizieren und die Energie das ist eigentlich ein moderner Ausdruck für Prana für Nirvana für Aloha für Odem für das ist alles das was in unserer Gesellschaft draußen vorgelassen wird als nicht existent aber genau das vermittelnde Element ist niemand kann dir was vormachen auf der Ebene wenn er dich belügen würde weißt du es sofort schmunzest und Kinder haben diese Fähigkeit unglaublich die haben so einen dritten Sinn und den haben wir dann natürlich wieder verlernt was passiert denn wenn man zum Beispiel mit Menschen körperlich nicht klarkommt wenn einem Menschen körperlich unangenehm sind man kennt sie nicht man weiß nicht warum und trotzdem es gibt jetzt zwei Möglichkeiten entweder sind sie ein sehr sensibler Mensch und übernehmen das Selbstgefühl von dem anderen Menschen zu sich selbst dann hat man natürlich meistens sehr viel Mitgefühl also Menschen die sich selber nicht mögen dann mag man sie meistens nicht wenn man in ihrer Nähe ist es gibt so viele Menschen die sich schämen wegen irgendwas wegen irgendeiner Sucht oder wegen irgendeiner Vergangenheit oder irgendwas und meistens ist es so wenn man Traumatherapie macht ich würde sagen die Hälfte der großen Traumata Kindheitstraumata gehen auf irgendwelche Worte der Eltern zurück gerade wenn die Aura total offen ist in Schock verloren gegangen über die Straße gelaufen fast angefahren dann du Idiot was meinen sie wie tief das geht das geht jetzt bis ins limbische System in aller Tiefe diese tiefen Traumata sind energetische Imprints die mit Worten verbunden sind und da kann man manchen Menschen die sich gar nicht mögen nicht übel nehmen dass sie sich nicht mögen sondern mag dich mal sondern das sind langsam aufzulösende Prozesse und dann gibt es natürlich auch das dass bestimmte Chemie zwischen Menschen nicht passt oder nicht stimmt und dann ist es ja auch gesund das zu beobachten nicht zu reagieren und dann das Leben so einzurichten dass man nicht macht manchmal ist es allerdings auch so dass man sagen kann oh das ist ja eine Gelegenheit nochmal anzuschauen was mag ich nicht in dem Anan was das in mir war und da gibt es also verschiedene Ebenen wie man damit umgehen kann aber es gibt das ja natürlich gibt es das also unsere Wissenschaft sagt im Augenblick noch alles das was wir als Innenleben bezeichnen gibt es nicht wirklich also so etwas wie wie Gefühle wenn man da keine Schmerzen Gefühle oder Fantasie oder Träume oder sowas das gibt es nicht wirklich das ist natürlich eine Perspektive die die Tibeter gar nicht haben weil für die sind das alles äußere Phänomene die Natur der Dinge ist ohne Worte zu sein schon jatter aber ob sie nun träumen einen Schmerz haben oder ob sie eine Reise nach Südamerika machen das ist alles äußere Phänomene also wenn die sagen wende den Geist nach innen heißt das nicht nun schau dir mal die Träume und die Gedanken und die Gefühle an und deine Bedürfnisse und so weiter meine Güte das ist Prapanka das ist zum das ist das führt zu Leid sondern da durchzuschauen und dahinter das sind auch zwei Kulturen das Innere wenn die sagen nach innen schauen ist was ganz anderes als wir meinen mit nach innen schauen wenn wir nichts haben wonach wir sehen können und dann das was Inneres ist dann denken wir wir sind verloren Stimmt Sie sind gerade in eine Situation eingefallen die ich erzählt bekommen habe und vielleicht zeigt die auch so ein bisschen diesen Zusammenhang von Energie und Sprache eine Freundin von mir die ist Wissenschaftlerin die ist historisch die hat in Freiburg in einem älteren Haus gewohnt und war es dann da im Garten und war es einen Aufsatz eben auch von einer Wissenschaftlerin der dieser Aufsatz war schon eine Weile zurück dass der veröffentlicht wurde und dann um sie herum also viele die da oder manche die im Haus wohnten die hielten sich dann auch so im Garten auf und dann war es dann noch so bei ihr zwei ältere Frauen die da schon ganz lange leben und die tranken da erst irgendwie Kaffee und so und plötzlich fingen diese beiden älteren Frauen an sich zu unterhalten und über wen unterhielten sie sich genau über diese Frau in der meine Freundin den Aufsatz las und die hatte mal in diesem Haus gewohnt und das hatte sie vorher nie erfahren und die beiden diese beiden Frauen hatten auch nicht irgendwie einen Namen gesehen oder sowas der auf diesen Kopien stand sondern ja das passierte dann so das fällt mir gerade so ein ist das so in ihrem Sinn ja also diese Dinge dass man mit mal etwas sagt oder spricht so etwas wenn man offen ist und manchmal Sachen wo dann der andere sagt oh da habe ich auch gerade dran gedacht oder so etwas oder es kommt irgendetwas es ist sehr interessant wenn man die Beobachterhaltung inne hat und dann also wenn ich zum Beispiel beobachte was in meinem Geist los ist und ich komme in den Superladen ich weiß ganz genau ich brauche nur einen Liter Milch und dann schaue ich in diesen großen Wagen an der Vollister und denke was ist in meinem Geist los geworden ich steuere schon immer geben und nehme nur Hand so eine Hand aber natürlich je nachdem also wenn ich meinen Vater am Sonntag in die katholische Kirche begleite dann habe ich hinterher wirklich ein komisches Lebensgefühl muss ich sagen also wenn da keine Musik wäre das ist wirklich das Schönste daran und ja es ist natürlich dass man an verschiedenen vielleicht ist sogar unsere Erde aber ich will nicht in die Esoterik abgleiten das ist uns auch schon ein bisschen schwierig aber ich bin der Meinung dass die ganze Welt wie ein bewusster Organismus ist wie könnte es auch anders sein wenn die Grundlage Information ist und Informationenbewusstsein und wir an verschiedenen Stellen der Welt uns verschieden fühlen und wenn ich Menschen an verschiedenen Stellen berühre ändert sich oft total das Zeitbewusstsein das Empfinden für was man ist man denkt das ist ein Mensch aber ein Unterschied ob man jemanden am Fuß berührt oder an der Stirn großer Unterschied ja ich hoffe sie nehmen ein bisschen was davon mit und als Anlass achtsam zu sprechen oder achtsam zu horchen mit ihrem ganzen Sein dass nicht Buddhismus zu einem neuen soll ich dich mal sagen wissen sie wir haben eine Kultur ich bin selber hier ich bin selber in der westlichen Kultur groß geworden zwar meistens im Ausland und dann habe ich Buddhismus kennengelernt und habe gedacht oh wenn ich das jetzt alles lerne dann bin ich hinterher irgendwie viel dichter an der Wahrheit und nichts ist ferner als das also wenn man nachher lauter neue Begriffe hat die man genauso verdinglicht wie man vorher westliche Begriffe und Seele und Gott und und so weiter und die Symbole und so weiter dann hat man halt eine Parallelwelt und merkt gar nicht dass das für die natürlich ist da sind sie groß geworden aber wir sollten wirklich erst mal den Schritt machen ein bisschen mehr Raum und locker und Weite und das zu reduzieren und wenn wir dann sind und wenn wir diesen Aspekt der Sprache und der Relativität als den wesentlichen Punkt aus dem Buddhismus übernehmen dass es darum geht zu erkennen dass die Sprache uns irgendwie suggeriert die Welt sei so wie wir sie aussprechen können und wenn wir das nehmen dann haben wir die Quintessenz vom Buddhismus auf unser eigenes Leben auf unser eigenes Denken auf unsere eigene Sprache übertragen und dann können wir wirklich in unsere eigene Kraft kommen und kreativ mit der Sprache produktiv umgehen das wünsche ich Ihnen jedenfalls schönen Abend ich wünsche mir die mir zum依rainen an eine wie findet und e bis they 되지 wieder